Hereinspaziert, meine Damen und Herren, Martin Schulz, ich führe Ihnen vor, das neue Programm der SPD mit vielen Überraschungen, mit Tusch und schwarzem Theater, mit Dressuhren und Blässtuhren, mit Süßholzraspeln und Sägespänen, in der schwarzen Manege, mit viel Tamtam und Dingeltangel für die ganze Familie, ein Riesenspaß. Ich führe Sie Ihnen vor, die SPD, eine Vorschau dazusehen Sie jetzt in der Matthias-Richting-Show, hereinspaziert, meine Damen und Herren, hereinspaziert. Ah! Juhu! Juhu! Ja! 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 Juhu! Hereinspaziert, meine Damen und Herren, zu Akrobatik und Clownerien in der Matthias-Richting-Show, zu Grimassen und Verrenkungen der Parteien und ihrer Darsteller im Wahljahr 2017. Guten Abend! Also, hier sehen Sie Sensationen von den Künstlern und Amateuren aus Politik und Politik, die wir extra heute für Sie eingeladen haben, damit Sie Ihnen was vormachen aus Ihren Programmen von CDU und SPD und wie Sie alle heißen, und so weiter und so fort und so weiter und so fort. Also, erleben Sie den Magier, der die SPD verbiegt zu einer Gummipuppe, Martin Schulz. Genießen Sie die menschliche Pyramide, bei der einer den Handstand macht, während der andere eben auf der Nase rumtanzt. Balanciert, schön balanciert, Thomas Strobl und Winfried Kretschmann. Zittern Sie bei der russischen Schaukel, auf der er von Richtern und Presse durch die Luft geschleudert wird und während des Fluges trotzdem noch seine sprachlichen Spastiken dreht. Sie haben ihn erkannt, Donald Trump. Und, bestaune Sie die, die am Schwungtrapez um alle Themen kreisen, Joachim Gauck, während er gönnerhaft die Bundespräsidentschaft weiterreicht mit doppeltem Boden. Und deswegen als erstes, man ist frei für Frank-Walter Steinmeier. Ah, dann ja, Sie sind also jetzt der... Sie sind der zwölfte Bundespräsident, ja? Ja, im Dutzend sind wir billiger. Ah, dann ja, herzlichen Glückwunsch, Herr Steinmeier. Ich kann nur sagen, was ich bereits in meiner Antrittsrede gesagt habe und auch als Außenminister vielmals. Vielmals, aha, äh, danke. Ja, nur, viele sagen ja, man hätte sich ihre Wahl sparen können, weil Merkel und Gabriel haben sie ja ausgekummelt im Hinterzimmer. Nun, also kummeln heißt, gibst du mir den, dann gebe ich dir den, aber das Hinterzimmer war ja leer. Ach so, nun, der Bundespräsident ist ja überparteilich, trotzdem hat die SPD Berlin plakatiert. Wir freuen uns auf den sozialdemokratischen Bundespräsidenten. Wie geht das denn zusammen? Also, wie Sie wissen, hat mit der Abschaffung der Monarchie 1918 das Volk, also die SPD, die Schlösser erobert. Wenn wir wohin gehören, dann ist es ins Schloss. Die SPD ist im Grunde König. Oh, wie begegnen Sie als König denn Leuten wie Trump, den Sie ja mal als Hassprediger bezeichnet haben? Also, die Schwierigkeiten dürfen nicht übersehen, zu bedeuten, dass ich ja Bundespräsident aller Deutschen bin. Ja, ja, und sprechen Sie dann mit Trump, oder? Äh, wir leben in schwierigen Zeiten. Ja. Ja, die Welt ist aus den Fugen, das habe ich auch in meiner Antrittsrede schon so gesagt. Oh ja, und werden Sie entschuldigen bei Ihnen? Ich habe festgestellt, dass die Amtszeiten meiner Vorgänger, ja, ganz unterschiedlich geprägt waren. Trümmer, Frauen, Terror, Mauerfall. Ja. Obwohl der Bundespräsident mit Tagespolitik gar nichts zu tun haben darf. Und, äh, insofern kann ich Ihre Frage durchaus beantworten. Ja, und wie, wie beantworten Sie die Frage? Äh, das habe ich, äh, bereits in meiner Antrittsrede gesagt. Ja, was haben Sie denn gesagt? Was haben Sie denn? Äh, wir, lasst uns mutig sein. Aha, ja, aber das ist ja zu... Es tut mir leid, alle anderen Phrasen waren bereits besetzt von Martin Schulz. Liebe Genossen und Genossen und Genossinnen, und ich denke, das ist ein Applaus wert, Liebe. Genossen, denn wenn ich euch so anspreche, ich Martin Schulz aus Würselen, mit Fußball und Alkohol und Buchhandelerfahrung, dann spricht zu euch nicht nur der ehemalige Präsident des Europäischen Parlaments in Europa in Europa, sondern auch der Bundeskanzlerkandidat der Deutschen in Europa, und der will ich auch bleiben, Liebe. Genossen, ich freue mich, dass mich der Parteivorstand vorgeschlagen hat als künftige SPD in diesem Lande, liebe Genossen. Und das ist ein großer Moment, und ich bin überwältigt, dass ihr das so beklatscht, dass mir Sigmar Gabriel sein Los geschenkt hat. Sigmar deutet mir schon früh an, dass auf mich ein Hauptgewinn wartet. Ich dachte, was kann das wohl sein? Das 24-teilige Kaffeeservice von Meißen oder der große Plüch-Teddy, den ich mir sonst hätte schießen müssen am Oktoberfest, liebe Genossen. Genossen, nein, als mir Sigmar eröffnete, mein Hauptgewinn, das ist die SPD, liebe Genossen. Da ist man schon sehr gerührt von seiner eigenen Rührung. Jetzt habe ich also diese SPD, was mache ich damit? Stelle ich sie in die Vitrine zu den anderen Preisen oder mache ich damit einen Wanderpokal, damit jeder von euch sie mal anfassen kann, liebe Genossen? Ich mache aus dieser SPD ein Pfand für das Kanzleramt, denn in dieses Kanzleramt kommt ihr nur hinein, wenn man das Pfand SPD einlöst und abgibt. Gerhard Schröder hat das schon verstanden. Die SPD ist der Weg. Sie ist nie das Ziel. Und wenn man das Ziel erreicht, dann muss man das Pfand SPD abgeben. Ich bin bereit für das Ziel, sozialdemokratisch, kritisch, solidarisch, deutsch, phlegmatisch und barbarisch. Und ich denke, damit habe ich die besten Qualifikationen. Denn schon Bundeskanzler Kohl konnte kein SCH sprechen. Und was hat ihn? Seine Geschichte berühmt gemacht. Applaus. Und diese Rede, meine Damen und Herren, hat natürlich die SPD wieder nach vorne katapultiert. Und was Martin Schulz mit seiner Rede gemeint hat, das erklären wir ihm jetzt in der Matthias-Riechling-Show. Hier ist er, Martin Schulz. Ja, da, Herr Schulz. Danke, liebe Genoschen, vielen Dank für den Applaus. Danke schön, danke. Ja, wir sind nicht mehr im Willy-Brandt-Haus. Bitte, Herr Schulz, bitte schön. Das bin ich gar nicht mehr gewöhnt. Sie sind ja jetzt Bundesvorsitzender der Neue der SPD. Bundeskanzler, es war Bundeskanzler. Bundesvorsitzender. Das ergibt sich automatisch mit dem Kanzler. Sie sind Kanzlerkandidat, sind Sie doch. Ja, aber ein Kanzler, der die Dinge auf den Punkt bringt, der sagt, wir brauchen endlich gleiche Rechte für gleiche Frauen. Das habe ich auch noch von niemandem gehört, sagen Sie. Aber es ist so, wenn Sie mal Bürgermeister von Würselen waren, dann reift die Erkenntnis, die Würde des Menschen ist unantastbar. Als Grundgesetzartikel, die Sie da verbreiten, merken Sie denn das gar nicht? Ach, deswegen komme ich mir so bekannt vor. Wären Sie mit diesen Vorzügen nicht besser Bundespräsident geworden? Das Bundespräsidentenamt ist ja gerade erst an Frank-Walter Steinmeier geschenkt worden. Ich wäre bestimmt der bessere Gauk, wenn Herr Gauk Bundeskanzler gewesen wäre. So wäre jetzt Herr Steinmeier der bessere Gauk, wenn Herr Gauk Bundespräsident gewesen wäre. Aber er war ja Bundespräsident. Dann war Gauk der bessere Gauk. Was? Liebe Gemeinde und liebe Gemeinde, ich war jetzt also euer Bundespräsident. Ich war immer der Dosenöffner eurer Herzen. Ich habe immer zu allem Stellung genommen, was sich bewegt. Und damit ich nie vergaß, was ich zu sagen habe, habe ich mir stets vor dem Zu-Bette-Gehen einen Knoten gemacht ins Gehirn. Ich hatte immer für alles gespürt, für eure Sorgen, für eure Nöte, für euer Gejammer und euer Gejaule. Aber wer mit den Hunden ins Bett geht, der steht mit den Flöhen auf. Und so merke ich bald, ihr fragtet nicht mehr, gibt es Gott und befasst er sich mit uns? Nein. Die Kirchen werden immer leerer, die Menschen immer weltlicher. Und so finget ihr an zu fragen, gibt es einen Bundespräsidenten? Ich aber sage, ja, und er befasst sich sogar mit euch. Aber die Entfremdung beginnt mit wachsender Verehrung. Und so wie ihr euch abwendet von Gott, so ist die Erfahrung vielleicht für euch nützlich, wenn ihr merkt wohl, von euch kann sich auch abwenden Gott, der Bundespräsident. Und so sage ich euch, geht hin, geht zu euch, geht aus euch heraus. Mein Vorgänger sprach einmal davon, dass der Islam zu Deutschland gehört. Ich aber sage, auch die Deutschen gehören zu Deutschland. An Arbeit daran reicht meine einmalige Beteiligung. Ich habe euch stets abgelenkt mit Nebensächlichkeiten. Aber mehr Ideen als für fünf Jahre hat ein Bundespräsident nie gehabt. Und so bleibt mir am Schluss nur eines noch zu wünschen und zu erreichen, dass ihr meine Gedankenwelt vorfindet, in jedem Nachttisch eures Hotelzimmers geht hin. Herr Schulz, entschuldigen Sie, der Bundespräsident geht vor. Deswegen ganz kurz eine Frage an Herrn Steinmeier. Moment bitte. Herr Steinmeier ist vielleicht, ach da ist er doch gar nicht. Herr Steinmeier ist vielleicht doch noch da. Herr Steinmeier, sind Sie der bessere Gauke? Nun, ich bin vor allem der bessere Steinmeier. Ich bin besser als ich. Sie sind besser als Sie? Ja, weil ich im Amt des Bundespräsidenten, und das habe ich auch schon in meiner Antrittsrede gesagt, nicht mehr um den heißen Brei herumreden muss, also um die SPD. Ach so. Ich kann den Leuten, und das habe ich auch in meiner Antrittsrede gesagt, klar sagen, was sie gar nicht denken. Dass zum Beispiel Arbeitslosigkeit viele betrifft, die arbeitslos sind. Was? Dass die Arbeitslosigkeit ansteigt, je mehr ihren Job verlieren. Und so will ich in ihrer Geschichte einen Platz einnehmen. Ich habe jetzt eben einen allgemeinen Platz. Ja, aber wird das den Menschen reichen auf Dauer? Das Amt des Bundespräsidenten, und das habe ich auch in meiner Antrittsrede gesagt, ist eine immerwährende Grauzone. Ich muss den Menschen nicht mehr sagen, dass der Preis für den Frieden teuer geworden ist, weil sie wissen, das hängt damit zusammen, dass der Warenkorb der Stiftung Warenkäst durch Amerika preislich angestiegen ist. Und deswegen mahnen wir Amerika, wir wollen immer pfleglich miteinander untergehen. Das ist ja nun wieder Tagespolitik, deswegen noch ganz schnell. Opel soll ja verkauft werden. Sie haben sich vor acht Jahren ja für Opel eingesetzt, haben den Staatsgelder versprochen. Und da waren die ja ganz glücklich, dass sie Staatsgelder kriegen von Steinmeier. Das habe ich nicht getan. Ich habe gesagt, wir sollen investieren. Nein, das ist doch das Gleiche. Aber es hört sich anders an. Ja, aber jetzt steht Opel im Winterschluss verkaufen. Nein, nein, also wenn die Henne lange überlegen würde, ob das Ei, das sie gerade legt, vor ihr da war, dann würde es nicht ausgebrütet und die Hähnchengrille blieben leer. Was? Ich bin auch ganz gerührt. Von Herrn Steinmeier? Von mir, dass ich dem Zuhören darf, als Kanzler einer Partei, die den Bundespräsidenten stellt. Ich denke, das ist ein Applaus-W... Nee, nee, das ist ja... Die SPD kommt jetzt zuerst. Ah, SPD first. Deswegen hat wahrscheinlich Herr Schäuble sich auch verglichen mit Donald Trump. Warum? An der Frisur kann es nicht liegen. Nein, aber Herr Schäuble sagt, Sie spalten die Gesellschaft, hat er gesagt. Wenn Herr Schäuble die Gesellschaft ist, dann will ich gerne Trump sein. Donnerwetter. So, komm, 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 komm. Oh, welcome to Home Shopping White House. Oh, ich mache Ihnen ein Angebot für wunderbar... Ah, ich mache Ihnen Deutsch. Weil mein großer Vater da war Deutsche und ich habe Ihnen nie gesagt, weil ich wollte verhindern, dass... Alle sagen immer, die Deutschen, das sind Nazi. Ich wollte nicht sein Nazi. So, now, everybody sagt, ich bin als... Oh, no, ich bin Verbrecher. Ich mache mit Russland Hacker. Ich lüge und ich vernichte American Democracy. So, now, ich sag... So, what? Ich muss always sprechen in diese 140 Zeichen von dieser Twitter. Ich bin gewohnt. So, leck mich einen Arsch, wenn du nicht verstehst. So, now, ich sage in Deutsch. Everything, ich sage in Deutsch, weil alle sagen, dann, ich bin Deutsch. Ich kann machen, was ich will. Ich mache, was ich will. Ich kann Leute umbringen, die sagen, die nicht, das war diese Trump. No, die sagen, das war diese Deutsche. Ich kann die Vernichten, die Muslime herausvernichten. Verbrecher, Verbrecher. Ich werde vernichten, da kann sie sagen, das ist Trump, Trump, Trump. No, die sagen, die Deutschen, erst die Juden, dann die Muslime. Die werden die Deutsche vernichten, ich muss gar nichts machen. Zutun, da muss ich gar nichts dazu tun. So, und genauso mit die American Democracy. Ja, die werde ich vernichten. Die Journalist, Gaskammer für die Journalist. Alle sagen, ah, die Deutschen, bitte die Journalist. Ich, weil sie haben die Journalist, ich sage dir, die haben meine Tochter Ivanka. Ah, I love her. She's so wonderful. Great woman. Wonderful. I love her. Sie hat eine Mode-Collection bei dieser Kfos Nordstrom. So, ah, wonderful. Dass sie sagt, sie ist daughter from me, from, sie wollte Werbung machen für den US-Präsident. Und diese alle, sie schmeißen sie heraus, weil sie hat gemacht, Schleichenwerbung gemacht. Die selber mit meinem wonderful Sprecher, Callie Ann Conway. Du kannst, ah, wow, großartige Frau. Da macht sie Werbung für meinen Docter Ivanka. So, da sagt sie nebenbei meinen Namen. Sie hätte nicht nötig. Callie Ann Conway. Dann nutzt ihre großen Namen, zu macht Werbung für American, für American-Präsident. Sie braucht nichts. Alle ziehen über sie her. Oder meine großartige Frau Melanom. Melanie. Sie will meister. Die hat die Klage gegen Male Major, weil die schütten Dreck auf sie. Sie wäre gewesen, vor 20 Jahren wäre sie gewesen, ähm, Prostitute. So what? Now sie hat eine neue Career. New Career. Sie ist geworden First Lady. What for? Weil sie will machen auch eine eigene Produktlabel. Mit Handbag, Dessous, Push-Up, Shit-Up. Sie will bekannt werden. Sonst sie braucht nicht First Lady. Nur für diese Produktlabel ist sie es geworden First Lady. Aber keiner kauft Lipgloss vom Prostitute. Okay, it's okay. Stop it, stop, stop it. We do it legal. Ganz legal. Oh, ne Schleichenwerbung. Hör dir an, ich mache Werbung für Ivanka, für Melanie. Kauf die Sachen from Melanie und from Ivanka. Forget, dass ich bin Präsident. Ist egal, ich mache keine Schleichenwerbung für American-President. New collection from Ivanka. Wonderful. So da, die neue white shirt. White House. Das passt wunderbar. Make your home White House again. Ich kann das sogar tragen. Das ist wonderful. Ich kann tragen. Look at this. This is so wonderful. Let's go. Forget, dass ich bin American-President. And only Verbung für Ivanka und Melanie. No, it will say, the camera is there. So let's say, wonderful. Look at this. So, so, Christ. I must make America great again. So, well, American first. Oh, somebody. Herr Schulz, was ist denn Ihre Antwort auf Donald Trump? Was sagen Sie dazu? Meine Antwort ist, als Bundeskanzler sage ich den Menschen, wir könnten, wenn wir wollten, aber wir werden erst, wenn wir haben. Ah, ich verstehe. Da haben Sie mir etwas voraus. Und was? Ich kann es Ihnen hier sagen, Sie können jede beliebige Rede von mir einspielen. Ich sage überall das Gleiche. Dann machen wir es doch. Liebe Genossen, Genossen und Genossinnen, ich bin froh, dass ich Martin Schulz bin. Sonst stünde ich nicht hier, sonst hätte mir Sigmar Gabriel die SPD nicht geschenkt. Sonst wäre ich nicht froh, dass mir die SPD jetzt gehört. Und ich bin froh, dass ich froh bin. Das überträgt sich auch auf euch. Die Aufbruchstimmung, die überall zu spüren, ist in mir, die SPD wieder zu dem zu machen, was sie ist, eine Partei, die eine Partei ist, sozialdemokratisch, kritisch, solidarisch, europäisch mit dem, was ich ganz persönlich geschafft habe in meinem Leben. Kein Abitur, kein Studienabschluss, 30 Jahre verheiratet mit derselben Frau, Fan des 1. FC Köln, die Tochter Schauspielerin. Hat es hier eine bessere Grundlage gegeben, um Kanzler von Deutschland zu sein? Ich denke nicht, liebe Genossen, ich bin wirklich gerührt, dass ihr das so beklatscht und dass ihr so toll klatschen könnt. Ich denke, das ist doch einmal einen Donnern und Applaus wert, liebe Genossen, Genossen. Ich bin mit Überzeugung Vorsitzender der SPD, weil ich ganz bewusst kein Spitzenamt wollte. Und mein Programm setzt auf einfachste, tiefste menschliche Emotionen. Wir setzen auf Augenmaß, auf soziale Absicherung, auf historische Zusammenhänge. Wir setzen darauf, dass wir wissen, dass nicht nur soziale Einrichtungen wie die Rente zurückgehen auf Bismarck, sondern auch der Bismarck-Hering, von dem Bismarck gesagt hat, er gelte bestimmt in höchsten Kreisen als Delikatesse, wenn er so teuer wäre wie Hummer. Liebe Genossen und Genossen, lasst uns den Heere und die SPD so teuer machen wie Hummer, die Genossen. Applaus! Ja, Herr Schulz, die Menschen werden aber bald von Ihnen Konkreteres erwarten wollen, nicht wahr? Ja, oder? Das Konkrete können wir ja nie bezahlen. Deswegen wollen wir den Menschen Hoffnung machen, denn Hoffnung kostet nichts. Ja, aber dann sind die Menschen enttäuscht, das ist doch klar. Enttäuschung kostet ja auch nichts. Oh, ist diese Einstellung schon Signal für Rot-Rot-Grün, oder? Das Langzeitsziel der SPD muss sein, so grün zu werden, wie Winfried Kretschmann in Baden-Württemberg-Schwarz ist, damit wir auch ohne die Roten stärkste Kraft werden können in einer grün-schwarzen Koalition. Ah, wie bitte? Was ist los? Ja, gut, also... Na, 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 erstens ist das mein Satz und zweitens spricht man das zusammen. Ja, gut, also, Herr Strobel. Ja, gut, also, das hat sich also mittlerweile wirklich rumgesprochen. Herr Strobel? Ja. Dass Sie noch da sind? Wieso? Ja, ich hab Sie doch erst neulich vorsätzlich vergessen in Indien. In Indien? Na ja, da war ich doch auf Staatsbesuch. Da sind wir doch extra dreimal im Viereck sprungen, nur damit Sie sich in den Slums verheddern. Ja, aber Indien, da war ich doch gar nicht dabei. Was? Nein. Also, das hab ich ums Vorrecken nicht gemerkt. Sehen Sie mal, Sie fallen nicht mal auf, wenn Sie nicht dabei sind. Was hätt ich denn da machen sollen? Ich dachte halt, ich könnt Sie da loswerden. Ja, wieso das denn bitte? Damit Sie hier nicht weiter stören, im neuen politischen Klima. Wie ist denn das überhaupt? Ja gut, also, wenn Sie das noch nicht mitbekommen haben, dann merkt man, dass Sie zumindest mental in Indien geblieben sind. Die für die CDU lebensbedrohliche Regeneration der dahinsiechenden SPD durch die Organspende Martin Schulz zwingt uns Grüne natürlich nachzudenken über neue Regierungsbündnisse. Ja, aber wir beide sind doch verbandelt miteinander. Ja gut, es geht doch um was Größeres. Ach, also, es geht um neue Möglichkeiten. Es geht um den Bund, es geht um Rot-Grün, es geht um Rot-Rot-Grün, es geht um Rot-Rot-Grün. Es geht um die SPD. Ja, aber ich bin doch CDU. Ja, das ist ja das Problem. Ja, ich kann doch jetzt nicht eintreten in die SPD, nur damit wir beide zusammenbleiben. Ach, Mädle. Die SPD braucht keinen... Strobl. Ja, der Martin Schulz ist wirklich konservativ genug. Ja, woran misst sich das denn? Sie stellen Fragen. Wer hat sie eigentlich heute abgeholt aus der Kita? Bitte? Die SPD ist ja unter den Parteigläubigen die Luther-Partei. Spartanisch, puristisch und nüchtern. Aber der Weihrauch und das Primborium um diesen Schulz zeigt halt, dass die SPD auf dem Weg ist zu einem uralten CDU-Katholizismus. Das ist ja beängstigend. Das ist ja beängstigend. Ja, ja, für Sie schon. Aber die SPD ist halt in einem Höhenrausch. Der Schulz hat bei seiner Rede im Willy-Brandt-Haus die SPD dermaßen abgefüllt mit Adrenalin. Dass die ja schon feucht werden, wenn sie nur seinen Namen aussprechen. Wenn die SPD bei der nächsten Bundestagswahl nicht stärkste Kraft werden, dann gibt es bei der SPD einen Massenselbstmord. Wie man es ja von vielen Sekten und ihren Heilsbringern schon erfahren hat. Bei seiner Rede im Brandt-Haus kam es dermaßen zu ekstatischen Erregungen und Lustschreien und unbefleckten Befruchtungen durch Heiland Schulz. Dass die SPD die dadurch heute noch Ungeborenen als ca. 5000 Neueintritte in die SPD heute schon mitrechnet. Das lügen Sie. Ach, also wenn das eine Lüge ist, dann will ich Donald Trump heißen. Herr Schulz, lügen von Donald Trump, ja, aber es gibt ja auch Vorwürfe an Sie, Sie hätten einem Mitarbeiter in Europa fragwürdige Zahlungen verschafft. Ach was? Ja, ja, und 2014 sollte es einen Untersuchungsausschuss gegeben haben, der das Steuerparadies Luxemburg durchleuchtet. Das haben Sie verhindert. Aber das Ziel des Untersuchungsausschusses war Juncker. Und Juncker ist mein Freund. Also Sie haben nachhaltig Korruption nicht bekämpft in Europa, das ist doch der Vorwurf. Das hindert mich aber nicht daran, von anderen die Bekämpfung von Korruption einzufordern, sonst dürfte ein Arzt, der erkältet ist, Ihnen ja niemals Mittel verschreiben, wenn Sie es sind. Na ja, also da ist man aber doch beruhigt, dass es noch Politiker gibt, die so wenig zu sagen haben wie Thomas Strobl. Wer? Ja gut, also. Ach, also ich bin noch ganz fertig. Was ist denn schon wieder? Ja, dieses Weltuntergangsszenario mit diesem Tornado-SPD, der alles aufsaugt. Also, ach gut, also, die Amerikaner müssen leben mit ganz anderen Naturgewalten. Ja, ist denn die SPD für Sie eine Naturgewalt? Ja gut, das sagen wir so. Die SPD hat durchaus eine Chance. Was? Wenn sie auch weiterhin Richtungsfragen nicht beantwortet, ihre europäische Position im Unklaren belässt und in der inhaltlichen Ausrichtung der Partei weiterhin formal und visionsfrei bleibt, dann kann dieser Martin Schulz durchaus die CDU überholen. Was? Und zu dem werden, auf was der Wähler halt nicht verzichten will, ein Angelo Merkel. Wie Hannah Arendt. Nein, sag bitte nicht. Nein. Grä, toll, zack. Ach, also. Also, dann wird der praktisch zum Phönix aus der Masche, oder wie soll man das denn sagen? Ja gut, also, die SPD ist halt ein Perpetuum mobile. Was? Ein in sich geschlossenes System, das sich vorwiegend um sich selbst dreht, wenn es sich an bewegten Vorlagen befriedigen kann und wenn sie noch so unerottisch sind. Die SPD will halt den Sieg von diesem Martin Schulz. Nein, gut, also. Sie wollen ein Kind von ihm. Diese Nominierung von diesem Schulz war ja eine regelrechte Orge. Man sagen muss natürlich, die Nominierung von Frau Merkel mit dem Seehofer war mehr das gemeinsame Zu-Bett-Gehen mit dem Satz. Ich hab aber Migräne. Ja, Herr Schulz, Agenda Ja, Agenda Nein, Rot-Grün, wo bleibt bei Ihrem Programm denn der Inhalt? Der kommt von ganz alleine. Ach so. Wichtig ist mit mir, ist es wieder schick, SPD zu sein. Die SPD ist mit mir eine Modedroge, ein Hype. Ein gutes Schlusswort. Vielen Dank für Ihren Besuch, Herr Schulz. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Und meine Damen und Herren, freuen wir uns also auf ein Wahlkarussell 2017, in dem immer mehr Parteien als Führungsköpfe reine Sprechblasen einsetzen. Zumindest gibt es einen Ausblick bei der SPD. Das sagt ja Martin Schulz. Oh, der ist schnell weg. Das sagt ja der neue Laberarbeiter im Zirkus SPD. Mit der SPD wird morgen alles besser. Moment, 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 Moment. Ich hab nachgesehen in Ihrem Kalender. Morgen sind Sie gerade gar nicht da. Guten Abend. Ich hab nachgesehen in Ihrem Kalender.